Yo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kabbalah. Wir haben gestern sehr viel Content gehabt. Wir haben diese 80 Plus Packs gegrindet. Und ich muss sagen, ich war echt positiv von denen überrascht. Waren ehrlich sehr solide. Dann gab es ja immer noch die Shop Packs, das neue Shop Pack. Wichtig anzumerken, für uns Creator lohnt es, dass es Content. Aber für euch Leute, gebt nicht so viel Geld aus für das Spiel. Ja Freunde, ich würde einfach sagen, wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr keine Videos verpassen möchtet, dann lasst ein Follower da. Lasst uns gerne die 1000 Likes anpeilen. Das geht, wenn wirklich jeder, der hier gerade das Video guckt, auf den Like-Watton drückt. Kostet euch nix. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Wir sind die Besten. Du bist cool. Dankeschön. Eine Frage, warum gibt es Ramos? Wartet. Wartet. Wart. Nein, das ist diese Malad. Das ist nicht Malad. Schade, 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 schade. Marmelade. Mist. Mist. Ich dachte schon, jetzt kommt es irgendwie so ein krasser Banger, Banger, Banger. Wenn ich eh Pro Prime spiele, hätte ich gewonnen. Special Karte. Argentinien. MS. Oh, die Maria. Nein, 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 nein. Das ist die Maria. Oh mein Gott. Was? Wie gut sind die? 80 Plus Packs sind voll gut. Ey, die Maria ist safe in game. Eine sehr krasse Karte. Hoffentlich ziehe ich irgendwas fürs Team. Ja, das wäre crazy. Dann kannst du keine Sätze bilden. Da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Hab ich aufgehört. Aber ich find's bar nicht so cool. Ich will mir das wieder selbst beibringen. Ich kann auch, also so... Oh, kann... Walkout. Walkout direkt beim ersten. Back to back zweiter Platz Ziel. Mein Ziel ist beim nächsten Mal auch wieder zweiter Platz zu werden. Machst du auch Zielbewertungsformat? Ja. Oh, Mann, ey. Walkout mal wieder. Ey, GG's. Da kann man ein bisschen geklebt werden. Dann, Cesar, vielen lieben Dank für den Zeit im 22. Monat. Oh, hat der schon aufgemacht? Wer ist das? Modric? Nee. Hä? Wer ist das, Chat? Äh... Matic? Matic, Road to the Knockouts. Und... Nee, okay. Player. Mal gucken. Ich muss den jetzt mal korrigieren. Oh, Aua gezogen, Mann. Und ich hab nicht hingeguckt. Guck mal, Chat. Wie findet ihr das Bild? Das ist Lena. Das ist Omo. Omo sieht so falsch gerade aus. Das ist Hamed. Das ist Hamed auch komplett reingeschissen. Das ist Levi. Das bin ich. Ich finde, ich bin doch am besten gelogen von der Ganzen. Omo sieht aus wie Papa-Platte. Ich bin eigentlich noch gut gelungen. 30 Euro-Pack. Das teuerste Shop-Pack, was bisher rauskam. Das Pack sieht schon mal sehr geil aus. Mit diesem Stadion so. Ich finde es sehr geil. Die Chance, also Wahrscheinlichkeit, einen Road to the Knockout zu ziehen, liegt bei 21%. Wünscht mir Glück, Chat. 30 Euro. Okay, es ist schon mal grün. Es ist ZOM, Algerien. Aua. Das ist Aua. Das ist Aua, ne? Doppel-Workout? Nee. Doch, 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 doch. Und Mario Götze im Doppel-Workout. Oha, zwei Road to the Knockouts-Karten im Doppel-Workout. Schon weh. Vier, fünf Walkouts. Fünf Walkouts. Sechs. Sieben. Acht. Ha. Acht Walkouts. Neuer Rekord, ehrlich. Hatte jemand schon mal so viele Walkouts in einem Pack? Okay, dann viel Glück. Ich sage, er zieht was Gutes. Immobile, okay. Und? Na, ich habe wieder Gnabeln. Elif hat Insta-Like und Kommentar. Du hast doch nur ein Bild. Wer könnte das sein? Wer könnte das? Na, ich weiß nicht. Uh, Walkout. Und, Klassi. Einer legt Auge. Wer legt Auge, Chad? Seid ehrlich. Wer von euch legt Auge? Oh, nee. Komm. Frankreich. Sturm. Wollte schon hier eine Party veranstalten. Chris Mann. Auch gut. Auch gut. Aber, er ist wirklich in dem Gut. Auf alles. Ja, wirklich. Oh. Oh, muss gibt es das Verein Barca? Araujo. Also, ich bin nicht Tor. Wartet. Stopp. Alle leise Zeit. Modric. 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 GG's. W ist in den Chat. W ist in den Chat. Stark. Der ist 250k wert oder so. Aus 80 plus. Ein super Pull. Ein super Pull. Mies gut. Sehr, 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 sehr gut. Danke. Ach so. Und, by the way. Alle, die im TikTok-Stream sind. Ich streame auch auf Twitch. Ihr könnt gerne rüberkommen. Und wir ziehen. Oh, Mann. Ich denke immer, Hansen. Was ist das für ein Quatsch? Aber, Walkout 88er ist nett. Usukami. Dankeschön. Guck mal, Leute. Usukami hat für drei Monate im Voraus gesuppt. Also, für jetzt. Für nächsten Monat. Und für nächsten Monat. Dankeschön hier mal einen Weg. Oh, Walkout. Das baut sich so Step by Step auf. Ey, Kucku. Ey, Kucku. Also, wie gesagt. Ingame war das schon echt gut. War schon ein bisschen OP. Aber. Ähm. Oh, kippe ich noch ein Walkout. Nice. Die ganzen Walkouts kommen. Aber ich hätte trotzdem mein Futter noch gespart. Für ein bisschen krassere Sachen. Komplett freien Zugriff auf Coaching und auf Trading. Also Coaching. Gruppencoaching mit Furky. Furky ist halt wirklich echt ein sehr, sehr guter Coach. Oh, Walkout. Sucker. Ich hab acht Sprosspacks. Ja, ich komm rein. Oh, die Baller schon wieder Walkout. Mit Münzen sein Shoppack. Er tut es. Oh, nein. Nein. Bitte kommt irgendwas Gutes. Doppel-Workouts. Hansen. Bitte Hansen. Bitte Hansen. Bitte. Klaus noch drin wenigstens. Viel Glück. Komm, zieh was. Zieh was. Zieh was. Eine Special-Karte. Okay, die ist grün. Portugal. Wer ist das denn? Portugal? IV? Hä? Achso. Doppel-Workout. Oh. Doppel. Rum Diaz. Ja, komm. Wer ist der? Besser. 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 Götze. Puh. Doppel-Workout. Ruben Diaz und Mario Götze. Okay, okay. Bin ich mal gespannt, was dahinter noch ist. Ich hatte acht Walkouts. Pepe. Oh, Pepe sogar stabil. Ruben Diaz. Ja, okay. Sonst nichts mehr. Krass. Eiken. Bayern. Doppel-Workout. Muss ich ja... Oh, erzählt noch Musjana. Ey, Chad, wie geil ist denn das? Oh, ich würde so ausrasten. Tja, ha, ha, ha. Wie geil ist denn das? So, Freunde. Das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr einfach, sehr, 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 dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst gerne ein Like da. Und lasst natürlich ein Abo da, damit ihr keine Videos verpasst. Lasst gerne auch auf meinem Insta-Kabal ein Follow da. Denn das ist auch kostenlos und ihr verpasst keine wichtigen Infos. Passt auf euch auf, ihr seid die Besten.